Guten Morgen meine Chikos und Chikas da draußen, der Skyline ist am Start, genauso wie heute all diese kleinen Let's Pray... Let's Pray, Pray will ich auch gerne spielen. Achso, mich sieht man gar nicht. Let's Play... Das schau ist so blöd, ich fühle mich selber. Let's Play Real Life Hunderenn. Und wie gesagt, ich habe da einen Kollegen am Start, der das mit mir machen will, also ein Let's Play Together. Und ich kriege ihn noch dazu, dass wir es mit Bestrafung machen. Also es wird schon ganz lustig. Bleibt dran, bis nach dem Intro. Tschüss! Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen, denn der hier noch viel krasser spielt. Also los Diabos, hebt die Daumen, ihr könnt euren Augen trauen, dieser Let's Player versetzt alle einfach in Stauden. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, ey, ist hier das Alpha-Tier. Und jetzt mal die gleiche, die kleine kurze Pause, weil wir hier Stadtprobleme haben und würde mal sagen, wir sind jetzt hier auf dem Rennplatz, würde ich sagen. Wo sind wir jetzt nochmal genau? Bei Neubierig. Neubierig sind wir. Neubierig und wir sind jetzt hier in Startschwierigkeiten oder sowas. Und würde ich mal sagen, wir nehmen einmal ein Rennen auf und dann fangen wir mit unserem Let's Play an, würde ich sagen. Und wir sind hier in Startschwierigkeiten. Wir sind jetzt hier in Startschwierigkeiten. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020